Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht dir sehr, sehr gut. Und heute dieses Thema ist so ein bisschen entstanden, weil ich gemerkt habe, ich möchte da einfach ein paar Tipps mit rausgeben, wie du mit der aktuellen Zeit umgehen kannst besser, weil ich werde darüber ja später nochmal sprechen. Es geht was ab im Kosmos. Es geht generell ziemlich viel ab. Es erhöhen sich einfach enorm die Energien und Schwingungen und viele Menschen sind damit komplett überfordert. Die kommen überhaupt nicht klar. Die haben körperliche Symptome. Die denken sich ja toll. Dann kommen irgendwelche Portal-Tageschummen, Frequenzen und Sonnenstürme. Dann ist noch irgendwas im Kosmos und Galaxien und die Planeten. Wie jetzt? Was soll ich damit machen? Und deswegen nehme ich die Folge auf. Aber bevor ich rein starte, möchte ich dir unbedingt ans Herz legen. Ich habe etwas herausgefunden, was mich sehr krass einerseits verwundert hat und auch schockiert positiv. Ich habe mal bei Spotify wieder in die Statistiken reingeguckt. Ich habe da, glaube ich, ein halbes Jahr nicht reingeguckt, weil ich überhaupt gar kein Statistik-Mensch bin und ich das einfach mache hier, weil ich es mache. Aber ich wollte mal gucken, hey, hat sich das irgendwie jetzt mal hier verändert? Sind eigentlich ein paar mehr dazugekommen? Wir sind auf jeden Fall so viele Tauberhaut-Menschen in der Community wie noch niemals zuvor. Es ist exponentiell nach oben gestiegen. Wir sind richtig, richtig viele, die hier zusammen diesen Podcast hören, sage ich jetzt mal. Und mir ist dabei aufgefallen, dass ich achtmal so viele Zuhörer habe wie diejenigen, die mir auch folgen. Das bedeutet, dass du mir helfen kannst, indem du jetzt vielleicht auch einfach parallel, wenn möglich, einfach mal bei Zauberhaut im Profil, die meisten hören ja über Spotify, aber das kannst du auch bei deinem anderen Streaming-Anbieter machen, auf das Profil gehst vom Podcast und auf Folgen klickst. Also bei Spotify steht dann unter dem Cover zum Beispiel entweder gefolgt, dann folgst du mir schon, das darfst du dann gern so lassen. Oder eben da steht Folgen, dann folgst du mir noch nicht und dann klickst du drauf und dann folgst du mir und dann werden sozusagen bei Spotify, bei den Statistiken, bei mir mehr feste Zuhörer, Abonnements sozusagen, Abonnementen, Abonnementen, aber weiß ich, angezeigt. Und das hilft mir tatsächlich. Ich meine, ich mache hier alles mehr oder weniger allein. Ich habe natürlich meinen Partner, meinen Freund an meiner Seite, aber ich habe keine Agentur, ich habe kein Management. Ich, ja, ich mache das einfach hier und von daher seid ihr mir eine große Stütze, wenn ihr mich weiterempfehlt, wenn ihr mir folgt und so weiter. Das macht einfach ganz, ganz viel aus. Und das war es auch schon zu diesem Punkt. Ich danke auf jeden Fall euch total von ganzem Herzen, dass ihr mir überhaupt so zuhört, so zahlreich. Das macht mich ganz, ganz glücklich und deswegen mache ich auch weiter. Ihr seid halt meine Motivation und von daher könnt ihr mir das auch gerne mit einem Abo quasi verdeutlichen. Dann verpasst ihr natürlich auch nichts. Mittlerweile kann man übrigens auch bei Spotify kommentieren, eine Folge. Das ist auch ganz, ganz neu. Okay. Und auch mal umfragen. Also ich könnte zum Beispiel unter einer Podcast-Folge auch mal eine Umfrage zur Folge machen. Das seht ihr dann auch einfach bei der Folge an sich unten drinnen. Könnt ihr ja mal reinschauen und eventuell kommentieren oder mal eine Umfrage mitmachen, wenn ich mal eine reingestellt habe. Und so interagiert man halt so ein bisschen mehr miteinander. Wunderbar. Das dazu. Und jetzt kommen wir zum Thema. Vielleicht ist es dir schon aufgefallen, dass wir seit 2020 in einem sehr, sehr krassen Wandel stecken. Eigentlich natürlich schon viel, viel länger. Die meisten wissen vielleicht auch noch, dass 2012 auch so ein sehr, sehr krasses Datum war. Also einfach, dass da ja auch viel mit diesem Bild gespielt worden ist, dass da die Welt untergeht. Wow, total toll. Und mehr oder weniger ist auch eine alte Welt dort zu Ende gegangen und eine neue entstanden. Und soweit wie ich das mitbekommen und verstanden habe, erhöhen sich eben die Schwingungen der Erde peu à peu immer mehr. Das heißt auch auf der anderen Seite, dass sich das Bewusstsein erhöht. Also die Schwingung hat einen Einfluss darauf, dass wir wach werden, dass wir aufwachen, dass wir eben nicht mehr, also dass es immer mehr Menschen gibt, die realisieren, dass es nicht nur Materie gibt. Und das ist was Wundervolles, aber auf der anderen Seite kann das auch total anstrengend werden, weil das bedeutet, dass um höher schwingen zu können, müssen wir Altes loslassen. Und diese ganzen toxischen und alten Gewohnheiten und Muster und Strukturen, die auch im ganzen System, auf der ganzen Welt vorherrschen, die werden alle aufgerüttelt und die werden gesprengt. Die werden teilweise aufgedeckt. Es kommen viele schreckliche Wahrheiten ans Licht. Und das sind natürlich Prozesse, die nicht unbedingt angenehm sind, aber auf der anderen Seite müssen sie auch nicht unangenehm sein. Was ich damit meine, da werde ich heute ein bisschen drüber sprechen. Und ich möchte mich halt heute darauf beziehen, was mit sogenannten Sonnenstürmen gemeint ist und mit Schumannfrequenzen. Darüber habe ich natürlich schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Die werde ich nachher auch nochmal erwähnen, aber ich will heute darauf eingehen, wenn diese Stürme und Frequenzen sind, wie können wir denn damit umgehen? Weil wenn wir dagegen uns wehren, also das hat, oh Mann, okay, wo fange ich an? Also auf der einen Seite dieses sich dagegen wehren ist natürlich sinnlos. Es ist genauso sinnlos, wie sich gegen das Wetter zu strotzen und dagegen zu sein. Und Widerstand ist extrem kräftezehrend. Auf der anderen Seite finde ich es auch spannend, wenn man gar nicht darüber Bescheid weiß, dass es Sonnenstürme gibt, dass es erhöhte Frequenzen gibt. Dann hat man vielleicht Symptome, Kopfschmerzen, man fühlt sich irgendwie seltsam oder hat verrückte Träume und man bezieht es total auf sich und denkt, irgendwas habe ich falsch gemacht. Irgendwas ist hier gerade wieder bei mir los. Und es hilft sozusagen zu wissen, wann ein Sonnensturm ist oder eine Schumannfrequenz erhöht ist, um sich einordnen zu können. Und seitdem ich darüber auch offen spreche und vor allem auch bei Instagram sehr, sehr oft rede, also da bin ich immer aktuell sozusagen am Start und gebe euch Energie-Updates und sage euch, hey, das ist gerade los, auch mit Planetenkonstellationen und so weiter und so fort, wundert euch nicht, wenn ihr gerade das und das fühlt und spürt. Und die Resonanz von euch oder die Rückmeldung von euch sind immer sehr, sehr dankbar, weil sie sich verstanden fühlen und weil sie anfangen, aha, okay, ich bin nicht unbedingt schuld daran, auf der ersten Ebene, es ist noch was Höheres, was da ist. Und auf der zweiten Ebene, ach, jetzt weiß ich, dass das ist, jetzt kann ich damit umgehen, jetzt weiß ich, was ich tun kann. Und diesen zweiten Punkt will ich heute nochmal ein bisschen mehr ausbauen, dass wir nochmal genau hingucken, ja, was können wir denn jetzt wirklich machen? Deswegen spreche ich heute mit dir darüber, was Sonnensturm und Schumannfrequenzen sind, das werde ich nur nochmal kurz zusammenfassen, damit dir das auch nochmal klar wird. Dann, was das Wissen über diese kosmischen Energien mit dir machen kann, aber dass das nicht ausreicht, ist hoffentlich klar. Wir wollen wirklich genau darauf eingehen, wie du damit dann umgehen kannst, was du präventiv vielleicht tun kannst und ganz akut in solchen Momenten, wenn du merkst, oh mein Gott, das haut mich total um. Und ja, letztendlich möchte ich dir Tipps mit auf den Weg geben, wie du dein eigenes Energiefeld stärken kannst, denn das ist es, was wir brauchen, um damit klar zu kommen. Und dass jetzt diese Höhen und Tiefen und diese Wandlungsenergien abgehen, das ist jetzt nicht übermorgen fertig, das wird die nächsten Jahre weitergehen und das wird wahrscheinlich immer krasser werden. Von daher möchte ich euch damit gar keine Angst machen, sondern euch darauf vorbereiten, dass wir auf diese zukünftige Zeit eingehen können, dass wir quasi lernen, wie wir auf den Wellen surfen können. Wenn wir das nicht lernen, dann werden wir von den Wellen umgeworfen, wenn wir aber lernen, die zu surfen, dann macht es Spaß. So, das war doch ein super Bild und von daher lasst uns einsteigen und erstmal nochmal ganz kurz für alle, die es vielleicht auch noch nicht wissen, darauf eingehen, was sind denn jetzt diese kosmischen Energien, wovon redet diese Frau, was will sie von mir? Also, ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, dass es vor allem sensible Menschen spüren, wenn es energetische Veränderungen gibt, aber wir alle davon betroffen sind, mehr oder weniger. Aber es gibt natürlich die feinfühligen Menschen, die das noch stärker wahrnehmen, weil sie vielleicht auch mehr verbunden sind und viele, die gar nicht angebunden sind und komplett vielleicht auch betäubt sind von vielen toxischen Stoffen, Drogen, wie auch immer. Na ja, die spüren es dann anders, aber vielleicht nicht so wie wir. Ich gehe mal davon aus, dass wir hauptsächlich sensibelchen sind, die den Podcast hören. Genau, also, es gibt Portal-Tage, es gibt Sonnenstürme, es gibt Schumann-Frequenzen und wahrscheinlich noch viele andere Sachen, von denen ich noch nichts mal weiß, von nicht mal irgendwas weiß, aber davon überhaupt erstmal gehört zu haben, ist gut, denn dadurch kannst du nachvollziehen, warum dein Geist oder der Körper gerade eventuell gewisse Symptome von sich lässt. Wie gesagt, wenn du da nicht so ganz auf dem Schirm hast, wann sowas stattfindet, folg mir auf jeden Fall bei Instagram, weil ich kläre da ganz aktuell dann immer drüber auf. Und wenn du das noch nicht kennst, würde ich dir wirklich empfehlen, also Sonnenstürme und Portal-Tage mal in die Podcast-Folge hineinzuhören, die so heißt auch, also Portal-Tage, Schumann-Frequenzen und Sonnenstürme, weil da erkläre ich das nochmal ganz, ganz genau, was das eigentlich ist. Es gibt darüber auch einen Blog-Artikel, den du lesen kannst, verlinke ich dir alles in den Shownotes. Das sind auf jeden Fall alles kosmische Energien, Frequenzen und Schwingungen, die alle einen Einfluss auf uns und das Magnetfeld der Erde haben. Man kann auch so sagen, dass die Schumann-Frequenz mehr oder weniger der Herzschlag der Erde ist und der kann sich eben beschleunigen und langsam laufen, so wie unser Herz auch. Teilweise manchmal ein bisschen erhöhte Frequenz hat, wenn wir vielleicht gerade in einem Wandel sind oder uns schnell bewegen und so kannst du das bei der Erde auch verstehen. Und diese Frequenzen poesieren halt durch uns auch durch, weil wir Teil dieser Erde sind. Die Sonnenstürme, die kommen eher von außen, eben von der Sonne und treffen auf das Magnetfeld der Erde. So wie auch der Sonnenschein einen Einfluss auf uns hat und uns trifft, können Sonnenstürme eben Impulse geben, die durch uns fließen und die einen enormen Einfluss auf uns haben. Und Portal-Tage, das ist dann auch nochmal was für sich. Da möchte ich heute gar nicht so genau darauf eingehen, weil sonst verwirren wir uns vielleicht alle zu sehr, aber letztendlich sind es auch einfach hochschwingende Tage. Genau, und diese Schwingungen haben eben einen Einfluss auf uns, davon können wir uns nicht trennen. Wir sind wie ein Fisch im Meer, der sich ja jetzt auch nicht vom Meer trennen kann. Wir müssen uns einfach lernen, durch uns fließen zu lassen. Ja, aber wenn wir im Gegenstand, im Widerstand dagegen sind, nicht angebunden sind und so weiter, dann kann es zu Schlafstörungen kommen an solchen Tagen. Es kann dazu führen, dass wir extrem intensive Träume haben und die uns aber nicht gut tun. Es kann zu Kopfschmerzen kommen, das ist wirklich eines der häufigsten Ursachen oder Folgen besser gesagt. Stimmungsschwankungen, Unruhe, Stress, Streit, Konfliktpotenzial erhöht sich, all diese Geschichten, die wir nicht wollen. So, das kannst du dir nämlich auch so vorstellen, wenn du dich jetzt gerade fragst, wie das bitte gehen soll, dass die Sonne tatsächlich sowas wie einen Sturm hat und dieser prasselt quasi auf die Erde. Also, wenn ein Sturm kommt, der Wind und die ganze Energie und die Kraft, die sozusagen wie ein kochendes Wasser ist und die Blubberblasen platzen. So stelle ich mir das vor. Ich bin jetzt natürlich auch keine Wissenschaftlerin, die das jetzt ganz genau weiß, aber so stelle ich mir das vor. Und das trifft dann, also diese Welle trifft dann sozusagen auf die Erde und das verändert die Frequenz und eben unsere Wahrnehmung. So, und manche spüren es tatsächlich schon, wenn der Sturm beginnt. Das sind dann die besonders sensiblen Menschen. Ich zum Beispiel würde behaupten, dass ich das sehr oft spüre und ich sagen kann, huch, jetzt ist irgendwas los. Ich spüre was und dann gucke ich zwei, drei Stunden später auf diese Statistik. Da gibt es eine Seite, die verlinke ich euch auch in die Show Notes, die das aufzeigt, wann solche Sonnenstürme stattfinden. Sie können das aber eher auch erst rückwirkend zeigen. Deswegen konnte ich mich selber schon oft bestätigen, dass ich das vorher schon spüren kann. Und man kriegt ein Gefühl dafür, wenn man das öfter mal bewusst mitbekommen hat. Also auch du kannst es vielleicht dann merken, wie du immer reagierst, wenn so ein Sturm kommt. Das ist meistens immer ähnlich. Und ja, manche spüren eben schon, wenn der Sturm startet. Andere erst, wenn er auf die Erde kommt, trifft sozusagen oder manche dann im Nachhall. Ja, und darüber zu wissen, dass sowas ist, gibt einem einfach ein bisschen Ruhe. Weil ich glaube, am stressigsten ist es, wenn wir, wenn wir nicht verstehen, was mit uns los ist. Wenn wir uns vielleicht auch noch für verrückt erklären oder denken, wir sind einfach zu schwach. Wir sind so, wir haben vielleicht was falsch gemacht. Das wollen wir ja alles nicht. Genau. Und du bist einfach ein Teil davon. Du bist ein Teil dieser großen Energie. Du bist eingewoben in diese Verbindung auch und in dieses Netz der Erde und in den Kosmos. Und deswegen solltest du dich nicht davon abtrennen. Das bringt halt gar nichts. Und dafür, um natürlich nicht zu leiden, sondern da vielleicht sogar noch was draus zu ziehen für dich, gilt es, dein eigenes Energiefeld zu stärken. Und darüber möchte ich jetzt ein bisschen sprechen. Also dein Energiefeld macht natürlich einiges schon mal aus, wie du aufgestellt bist, wie es dir geht. Ja, du hast ein Aurafeld, ein Energiefeld, was auch ausstrahlt. Also du hast genauso Auswirkungen. Du kannst auch einen kleinen Sonnensturm sozusagen bilden und auf andere mit deinen Energien prasseln. Das funktioniert im Kleinen so wie im Großen. Die Sonne ist jetzt nun mal ein sehr heftiges Gebilde, was überdimensional ist und überpersönlich. Aber auch wir können sogenannte Schwingungen erhöhen und verringern und Stürme auslösen. Verstehst du? Und je nachdem, wie du so aufgebaut, aufgestellt bist, bist du eben ein Energiefeld oder hast ein Energiefeld, was stärker strahlt oder was anfälliger ist. Und wir wollen natürlich stabil sein. Und das hat viel mit deinen Emotionen, Gedanken und Energien zu tun. Und du kannst sozusagen dein Energiefeld schon mal stärken, indem du sowas wie ein Schutzschild begreifst, was du hast. Also du kannst quasi entscheiden, was du in dich hineinlässt für Energien und was nicht. So kannst du dir das mal vorstellen. Grenzen setzen. Für viele Hautsensibelchen auch ein Riesenthema. Das funktioniert vor allem auch erstmal über die Energiefelder. Das kannst du entscheiden. Du hast die Hoheitsmacht sozusagen über dein Energiefeld. Wenn du aber zulässt, dass negative Energien von Menschen zu dir kommen, dass du sie aufnimmst, dass du sie behältst, dass du sie festhältst, dann ist das schwierig. Also ich bin jetzt nicht so der Fan davon zu sagen, ich grenze mich ab, weil ich nichts mehr mit den anderen zu tun haben will, weil ich Angst habe, deswegen schütze ich mich. Sondern es ist eine andere Haltung, die man einnehmen kann. Es ist sowas eher wie, ich nehme meine Umwelt wahr und ich lasse auch Energien durch mich fließen, weil ich gehöre ja dazu. Aber ich halte sie nicht fest. Ich bin so stabil in mir, dass ich die Energien ganz einfach durch mich durchfließen lassen kann. Und wenn das mal ein bisschen was Stärkeres ist, dann nutze ich Tools, damit sie durch mich fließen können. Und dieser Schutz ist eher sowas für mich wie eine mentale Idee von der Grenze, worüber ich entscheiden kann, wem ich jetzt Raum gebe und wem nicht. Oder welchen Energien ich Fokus gebe oder welchen nicht. Ja, so vielleicht auch dieser Schutz muss ja nicht immer nur heißen, dass man sich schützt von außen, dass nichts reinkommt und sowas. Sondern es kann auch wieder ein Wirkungskreis, kann man das auch so sehen, dass du dir vorstellst, von deiner Mitte aus reicht deine Energie jetzt zwei Meter von dir entfernt? Oder fließt die über die ganze Wohnung, hast du eine Auswirkung auf dein gesamtes Haus, in dem du lebst, Nachbarschaft? Ja, da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Das entscheidest du, je nachdem, wie du das halt möchtest. Und darüber, glaube ich, haben wir eine große Entscheidungskraft. Aber je mehr du dich stärkst, deine Energien stärkst, in Liebe bist, dich befreist von negativen Kram, umso größer wird dein Wirkungskreis sowieso. Also umso mehr Leute ziehst du an. Vielleicht auch deswegen haben sich die Zahlen jetzt hier bei meinem Podcast auch nochmal erhöht, weil ich vieles wieder loslassen konnte, weil ich noch mehr bei mir bin, noch mehr in meiner Mitte. So funktioniert das auf eine Art auch über Anziehung, Bereichweite und so weiter. Ich würde aber jetzt nicht behaupten, dass es nur das ist, weil es auch sicher Menschen gibt, die viel, 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 viel mehr Leute anziehen und gar nichts mit ihrem Energiefeld jetzt machen. Aber in meinem Leben auf jeden Fall habe ich das schon deutlich so wahrgenommen. Je mehr ich bei mir bin und je weniger Altlasten ich mit mir rumschleppe, umso mehr Menschen hören mir zu. Vielleicht auch, weil ich es mir zulasse, mehr Verantwortung zu übernehmen. Ja, naja, egal. Darum soll es jetzt gar nicht gehen. Du kannst auf jeden Fall entscheiden, wie viel Wirkung du hast, wie groß dein Energiefeld ist. Und das geht viel darum, wie du dich um dich selber und deine Energien kümmerst. Und was halt auch noch ein wichtiger Punkt ist, Energien werden so oder so auf dich treffen, auch von Menschen oder auch mal negative Energien, die du nicht willst. Aber du hast immer die Wahl, diese Energien zu transformieren. Du kannst sie festhalten, du kannst dich blockieren, indem du aus dem Ego heraus handelst und sagst, oh, jemand ist jetzt richtig blöd zu mir gewesen, der hat irgendwas Fieses zu mir gesagt und ich bin jetzt voll in meinem Ego und ich halte an dieser Aussage fest und nerv mich da jetzt zwei, drei Tage mit rum. Dann hast du es festgehalten, dann hast du dir die Energie festgehalten und nicht transformiert. Du kannst sie auf jeden Fall durch dich fließen lassen, indem du sie loslässt. Und dafür dürfen wir auf jeden Fall erstmal unser Ego auch verstehen. Naja, das ist wieder eine andere Podcast-Folge, kann ich dir auch gerne verlinken, gibt es auf jeden Fall auch schon was zu. Genau, du musst auf jeden Fall nicht die Energien von anderen zu dein machen. Ja, also wenn dich jemand blöd von der Seite an macht, ist das sein Problem, ist das eigentlich nicht deins. Und du kannst es von dir abprallen lassen, du kannst es durch dich durchfließen lassen, wie auch immer du das für dich jetzt besser verstehst. Aber bitte handel nicht aus Angst vor diesen Energien, es ist einfach eine Energie. Wir bewerten das, es ist schlecht oder nicht gut. Die ist aber nicht gefährlich, weil ich habe letztens so eine sehr schöne Erklärung dafür gehört, die ich sehr schlüssig fand. Und Kinder bewegen sich sehr viel und machen auch teilweise Bewegungen, wenn die erwachsenen Menschen sich noch so bewegen würden, würden wir das sehr seltsam finden. Also irgendwelche in die Hände klatschen oder ganz wirre, schnelle Körperbewegungen und schlackern und tanzen und aufstampfen und was weiß ich. Aber ich glaube, dass das sehr natürliche Bewegungen sind, um Energien fließen zu lassen und Emotionen fließen zu lassen und wir das abtrainiert bekommen. Still sitzen, zuhören, nach vorne gucken, gerade sitzen, nicht bewegen. Wow, es ist schon wieder so ein Ding, ja. Von daher funktioniert auch wirklich vieles über Bewegung. Bewegung, unser Körper braucht auch oft Bewegung, um sich zu befreien von Energien, die wir nicht in unser Leben haben wollen. So. Und alles, um das Energiefeld zu stärken, ist eigentlich auch Teil meiner Arbeit. Also Emotionen, mit Emotionen zu arbeiten, im Unterbewusstsein zu arbeiten, die eigene Spiritualität zu fördern, sein Bewusstsein zu steigern. Das sind alles schon Tools, mit denen du immer wieder dein Energiefeld stärken kannst. Mit den Chakren zu arbeiten. Und ihr wisst, ich habe Kurse, ich habe Meditationen, könnt ihr damit alles schon mal wunderbar machen. Dein Energiefeld stabilisiert sich zum einen durchs Visualisieren zum Beispiel auch von einem Energiefeld, wie zum Beispiel einer Kugel oder einem Magneten an den Außenwänden. Also du kannst dir das sozusagen so vorstellen, dass du dein Energiefeld dir so wie eine Aura vorstellst, die um dich herum sind, mit Magneten für positive Energie. Energie und Magnete, die Negatives abstoßen. Also alles, was wir uns denken, erschaffen wir auch. Alles auf der Mentalebene, wie du dir das vorstellst, das reicht aus, um schon dein Energiefeld zu stärken. Das heißt, du kannst es in Meditationen nutzen, in deiner Morgenroutine, Abendroutine, wenn du dich energetisch reinigen willst. Kannst du das sozusagen dir so vorstellen, dass du ein Magnet für positive Energie bist. Behalte dir auf jeden Fall trotzdem immer im Hinterkopf bei, dass wir nichts wegmachen müssen oder dass, ja, es ist immer schwierig, so diese Waage zu finden, euch so klarzumachen, wie ihr euch natürlich reinigt und schützt. So eine Worte verbinden aber auch schnell dieses Angstthema damit, dass es so viel Schlechtes gibt, was uns angreift oder so. Und das würde ich so gar nicht unbedingt sagen. Aber auf der anderen Seite will ich auch nicht jeden Kram von jedem Menschen an mich ranlassen. Also es ist echt irgendwie so, irgendwie ist beides wahr. Ja, da müsst ihr vielleicht selber für euch ein bisschen reinspülen, was für euch mehr die Wahrheit ist. Es ist aber schon so, dass wir auch akzeptieren dürfen, dass teilweise einfach Energien durch uns fließen dürfen, weil wir anderen helfen. Wenn wir vor allem helfende Berufe haben, dann kommen wir so oft in Berührung mit Dingen und Themen, auch bei Familie oder so, die wir vielleicht gar nicht so wollen. Aber weil wir für diejenigen da sind und den Raum halten, das ist vielleicht eher der Schlüssel, helfen wir denen auch, die Energien auszuhalten. Also es ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Ich möchte nicht euch verklickern, dass ihr euch bitte abtrennt und abgrenzt und schützt von allem, was blöd ist, sondern dass ihr irgendwie versteht, dass es so ein Zwischending ist zwischen ich stehe mit beiden Beinen hier auf dem Boden und geerdet und ich kann es durch mich durchfließen lassen, aber ich lasse auch nicht alles zu. Also es ist irgendwie so beides. Ja, ich hoffe, ich hoffe, ich verheddere mich hier nicht. Und es ist irgendwie das Unaussprechliche, was ich hier gerade versuche, in Worte zu fassen. Es ist ja wirklich alles, was so ein bisschen unscheinbar, unsichtbar, nicht greifbar ist. Das wird jetzt immer mehr Thema die nächsten Jahre und dafür muss es auch erstmal irgendwie immer mehr Worte geben. Ich habe das Gefühl, manchmal verstehe ich die Dinge und kann sie gar nicht so ausdrücken, wie ich sie verstehe. Also naja, es ist sehr gut, wenn man einen Podcast hat, auf jeden Fall. Ein Beispiel ist zum Beispiel bei Sonnenstürmen, wenn man jetzt Angst vor diesen starken Energien hat, ist da Widerstand. Und dieser Widerstand ist oftmals viel, viel energiezehrender, als den Sturm durch sich durchfließen zu lassen. Dafür muss man aber geerdet sein und stark in sich verankert sein, in seiner Mitte sein. Das heißt, frag dich vielleicht einfach mal, wie du es schaffst, weich zu bleiben und Energien durch dich fließen zu lassen. Was brauchst du dafür? Wie kannst du dir das von der Natur vielleicht abgucken? Es ist ja schon so ein bisschen der Baum, der vielleicht auch flexibel ist, wenn Wind und Sturm kommt. Ich glaube, die Bäume, die keine Flexibilität in sich haben, die brechen auch schneller um. Und wenn man ein bisschen so eine Art Fluss und fließende Flexibilität mit sich bringt, kann man eben die Schwingungen auch besser durch sich durchfließen lassen. Und ja, Transformation ist auch ein großer Schlüssel beim eigenen Energiehaushalt sozusagen, wenn du spürst, du hast etwas aufgenommen. Es ist jetzt nun mal passiert und du hast vielleicht auch daran festgehalten, an irgendeinem Satz, irgendeinem Streit, irgendeiner Enttäuschung, die du erlebt hast. Da kannst du die immer umwandeln. Also Energien und Emotionen, die bleiben nicht für immer. Du kannst sie transformieren. Da würde ich dir auf jeden Fall mal zwei Meditationen von mir empfehlen. Einmal die Meditation energetische Reinigung und energetischer Schutz. In beiden dieser Meditationen transformierst du quasi niedrig schwingende Energien und erhöhst deine Schwingung, reinigst dich und kommst bei dir an. Die kosmischen Energien, vielleicht gilt es, die auch erstmal zu akzeptieren. Ja, also ich glaube, dass man da auch gut und gerne mal in diesen Mut kommt zu sagen, boah, das nervt doch. Ich sage mal, was ist denn jetzt hier los, noch Portaltage, noch Sonnenstürme. Ich möchte das alles gar nicht. Du kannst jetzt dein ganzes Leben lang dagegen sein und das blöd finden. Aber es ist eben wie das Wetter. Entweder du freundest dich damit an oder du wehrst dich dagegen. Dann hast du aber auch eine Menge Zeit im Jahr Probleme, weil du ja im Widerstand bist. Genau, also dieses Wegmachen von etwas, was überpersönlich groß ist, also übermächtig ist, dann kämpfst du gegen Windräder. Und gerade bei Sonnenstürmen und Portaltagen oder Wetterbedingungen oder Schwingungen, da kannst du nicht gegen ankommen, weil es doch größere Mächte gibt, als wir es sind. Wir haben schon sehr viel Kraft und Macht, natürlich, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und da ist dieses Wegmachen wollen ja auch wieder Widerstand. Das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen es annehmen, wir wollen es akzeptieren. Es gibt die jetzt nun mal und wie kann ich damit am besten umgehen? Mein Ziel ist sozusagen, dass ich dir heute noch gleich drei Tipps gebe, wie du vielleicht auch leistungsfähig sein kannst dadurch, weil diese Energien da sind. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich mich früher auf jeden Fall mehr davor geängstigt habe. Oh Gott, jetzt sind schon wieder Portaltage. Was wird da wohl kommen? Und dann habe ich auch wirklich schwierige Tage damit gehabt. Heute gehe ich anders daran und erfreue mich eher daran. Und seitdem habe ich das Gefühl, unterstützen sie mich diese Tage auch viel mehr. Sie sind so wie der Wind unter meinen Flügeln. Und manchmal ist es halt ein bisschen zu viel. Bildern, dann merke ich, huch, jetzt ist es too much, zu viel Energie. Und dann merke ich auch, wo es bei mir noch hakt und blockiert ist. Und manchmal betonen diese Energien dann auch Bereiche im Körper, wo auch wirklich noch was hakt und blockiert ist, weil dort die Energien nicht richtig fließen. Also es ist auch manchmal ein gutes Anzeichen dafür, woran wir noch arbeiten können. Also wenn es irgendein Symptom bei dir verstärkt, dann kann es eben sein, dass du darin noch nicht was gelöst hast. So, also aus der Angst handeln wollen wir nicht. Wir wollen aus Liebe handeln. Wir wollen aus Liebe annehmen, dass die kosmischen Energien für uns sind. Und genau das möchte ich hier eigentlich in dieser Folge auch rüberbringen, dass du das anders betrachtest. Deswegen komme ich jetzt mal zu meinen Tipps, denn die kosmischen Energien können dich definitiv reizen, aber sie können dich auch beflügeln. Und das ist wie immer eine Sache, wie wir damit umgehen und wie wir das Ganze betrachten. Ich habe in meinem Blogartikel auch schon mal ein paar Tipps dazu gegeben. Die möchte ich dir jetzt auch nochmal aufzählen, wie du umgehst, wenn so eine kosmische Energien sehr, sehr hoch sind. Auf jeden Fall hilft, dass du in deinen Alltag generell Meditation integrierst. Ich weiß, ich kann, ich sage es ja jedes Mal und sorry, wenn ich dich nerve damit, aber Meditation ist halt etwas, was dir eine innere Stärke verleiht. Es öffnet dein Bewusstsein, es öffnet dein Energiefeld, aber eben für, du erhöhst deine Schwingung dadurch. Und das heißt, du bist gar nicht so, wenn die hohen Schwingungen kommen, dann knallt nicht eine hohe Schwingung auf eine niedrige Schwingung, sondern du bist schon erhöht von der Schwingung her und somit kommst du damit besser zurecht, habe ich das Gefühl. Sie geben dir natürlich auch hohe Entspannung und geben, es sind einfach ein wunderbares Tool, Energien zu transformieren und auch abfließen zu lassen, wenn was zu viel ist. Dann würde ich an solchen Tagen, aber daran kann ich mich auch wirklich gar nicht immer sehr behalten, aber wenn es dich wirklich richtig dolle trifft an dem Tag, auf jeden Fall weniger elektronische Geräte verwenden. Also WLAN reduzieren, Bluetooth sowieso, GPS und so weiter auf ein Minimum reduzieren. Es kann auch sein, dass dein Körper entgiftet an solchen Tagen. Dann trink wirklich sehr, sehr viel Wasser, am besten gefiltertes Wasser. Ich habe ja einen Wasserfilter, den ich wirklich von Herzen empfehlen kann. Auch dazu kann ich nur mal sagen, dass du auf meiner Webseite im Menüpunkt Empfehlungen gucken kannst. Da habe ich einen empfohlen, den ich nutze. Preis, Leistung ist wunderbar. Und Wasser trinken an solchen Tagen ganz, ganz viel hilft einfach deinem gesamten Organismus besser zurecht zu kommen. Ja, dein Energiefeld zu reinigen durch Meditation, durch Chakrenmeditation, all diese Sachen habe ich eben schon mal benannt. Und heute möchte ich noch mal ein paar andere Sachen sagen. Das sind ja eher so Tipps, die du eh regelmäßig in deinem Alltag integrieren solltest, damit du eben bei solchen hochenergetischen Phasen dann nicht so leicht umgehauen wirst. Weil du dein Energiefeld eh schon immer reinigst, eh schon immer hoch hältst, kann dich so ein Sturm nicht so ganz umhauen. Ja, wenn du aber merkst, dass du zum Beispiel grundlos genervt bist, energielos bist, Kopfschmerzen hast, reizbar bist, dann kann es sein, dass die kosmischen Energien bei dir etwas zu krass gerade reinkicken. Und dass du darauf reagierst mit Widerstand, unterbewusst. Und dann wollen wir jetzt mal gucken, was wir da tun können. Auf jeden Fall wäre mein erster Tipp, dass du auf jeden Fall mal nachschaust, ob eventuell gerade ein Sonnensturm ist. Das kannst du zum Beispiel auf der Seite www.herzschlag-der-erde.de machen. Verlinke ich dir auch gerne. Das ist die einzige Seite, die ich kenne, die diese Sachen verbildlicht in Statistiken. Und da würde ich mir eigentlich nur die zwei Sachen angucken zum Thema Sonnensturm und Schumannfrequenz. Und dann einfach schauen, ob da gerade Ausschläge da sind. Im wahrsten Sinne des Wortes Ausschläge können ja auch eine Folge davon sein, wenn man die Energie nicht richtig in sich fließen lässt, wenn da was blockiert ist. Der nächste Schritt ist, wenn das dich wirklich komplett umhaut und du merkst, oh mein Gott, diese Energie ist gerade so stark, ich komme damit gar nicht zurecht. Dann würde ich dir wirklich empfehlen, dich, wenn möglich, rauszunehmen an dem Tag, auch Termine abzusagen. Denn es gibt einfach manchmal Momente, wo die wirklich so dolle auf uns wirken, dass wir am besten uns zurückziehen. Mit der Natur verbinden. Wenn du im Wald bist, am See bist oder was auch immer und barfuß läufst, kannst du dich mehr erden. Und diese Energien auch durch dich fließen lassen. Das hilft. Also gerade barfuß laufen im Sommer und an den warmen Tagen hilft natürlich enorm, dich zu erden. Und Erdung ist super wichtig, um sowas ableiten zu können. Der nächste Punkt ist, dass du die Zeit nimmst für dich, wenn möglich. Auch ganz akut dann sozusagen an solchen Tagen zu meditieren wäre super. Ich habe jetzt tatsächlich mal eine Meditation aufgenommen und die findest du halt in unserem Shop oder auch im Meditationsraum, die explizit dafür da ist, wenn Sonnenstürme sind. Also, dass du Sonnenstürme damit sozusagen ausbalancieren kannst. Ich dachte mir, wenn, dann kann man das, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Du kannst natürlich aber auch dich bewegen, tanzen, eine Frequenzmusik anmachen, Atemübungen machen. Das sind so Themen, die dir einfach helfen. Und es sind oft immer die gleichen Sachen, die ich dir vielleicht auch sage zu den verschiedensten Podcast-Folgen. Aber es ist nun mal so, dass das die Tools sind, die am besten helfen. Und das Wasserthema ist wirklich einfach etwas, was ich nochmal betonen möchte. Wenn du viel Wasser trinkst, dann leitest du quasi, du entgiftest ja dadurch auch besser und gereinigtes, gefiltertes Wasser, oh mein Gott, hilft dir einfach auch wieder dich zu erden und zu reinigen und die Dinge in Fluss zu bringen, die vielleicht ins Stocken kommen. Du kannst natürlich auch ein bisschen Minze, Ingwer, Zitrone nochmal reinmachen, das energetisiertes Wasser oder die Blume des Lebens auf dein Glas machen oder mit Stein reinigen und sowas. Aber Wasser ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Versuchst du sozusagen, wenn es dich richtig umhaut, so einen Sonnensturm, möglichst dich reinzuhalten. Es ist einfach scheinbar dann so, dass dein Körper ein bisschen zu viel zu tun hat. Vielleicht hast du zu viele toxische Stoffe in dir, zu viel Stress. Du bist eh schon instabil. Und deswegen ist das vielleicht dann auch ein Zeichen für dich zu sagen, hoch, stopp mal. Eigentlich müsste ich vielleicht doch ein bisschen wieder mich um mich kümmern. Und das hat dann nämlich die Effekte, wenn du dich um dich kümmerst und solche Energien so hoch sind, dann verdichtet sich nämlich das Energiefeld. Also wenn wir etwas für uns Gutes tun und Dinge tun, die unsere Energie erhöht und wir uns reinhalten mit positiven Gedanken, gutem Essen, gutem Wasser und so weiter und so fort, dann verdichtet sich unser Energiefeld. Also es wird stabiler und du wirst stärker und stabiler. Und das ist das, was ich ja seit Jahren mache, was mal besser, mal weniger gut funktioniert. Aber ich merke rückblickend gesehen, ich bin zwar sensibler geworden, noch sensibler als sowieso schon und spüre sehr, sehr viel um mich herum. Ich nehme so viel wahr. Wenn ich Menschen beobachte, habe ich manchmal das Gefühl, oh mein Gott, ich sehe einfach in denen so viel blockierte Energien. Ich spüre, dass ich nehme es wahr, aber es haut mich nicht mehr so um, weil ich in mir so angekommener bin. Es gibt auch mal einen schlechten Tag, da haut es mich komplett um, aber im Großen und Ganzen fühle ich mich stabiler. Und das kannst du eben mit diesen Sachen generell einfach unterstützen. Vor allem Meditation, gutes Wasser sind zwei ganz, ganz wichtige Punkte in meinem Leben und die Verbindung zur Natur. Und so viel mehr brauchst du gar nicht. Du musst nicht irgendwie zaubern können. Das sind die ganz natürlichen Dinge, die dein Energiefeld stärken. Und dadurch kommen dann auch diese Sonnenstürme oder höheren Frequenzen zwar vielleicht durch dich durch, aber sie hauen dich eben nicht so um. Und dann bist du eher der Magnet auch dafür, dass das dir nützt, dass diese, du bist dann eh schon in einer hohen Schwingung, dass dich das nur noch höher schwingen lässt. Und dann musst du vielleicht noch eher darauf achten, dass du nicht übertreibst und zu viel machst, sondern geerdet bleibst. Ich hoffe, ich habe dich jetzt mit diesem Thema nicht noch irgendwie zusätzlich verwirrt. Es ist wirklich nicht ganz so leicht für mich, das in Worte zu fassen, weil das so ungreifbare Dinge sind. Und Fakt ist einfach, wir sind alle Teil von dem großen Magnetfeld der Erde. Das heißt, wenn du dich stärkst, dein Energiefeld stärkst, deine Schwingung erhöhst, dann trägst du auch dazu bei, dass es der Erde besser geht, dass es dem kollektiven kosmischen Energiefeld besser geht. Und ja, das wäre natürlich toll. Also ich würde es mir wünschen. Wir brauchen es, glaube ich, alle. Wir brauchen alle mehr Halt. Und deswegen hab keine Angst. So ein Sonnensturm kann total motivierend sein. Es kann total viel in Bewegung bringen und dir richtig Feuer unter den Hintern machen. Es kann dir der sogenannte Wind unter den Flügeln sein. Aber dafür darfst du ins Umsetzen kommen, indem du auch generell mit Meditation arbeitest. Ja, und auf dich Acht gibst. Und generell einfach, das wird für die nächsten Jahre so unfassbar wichtig werden. Wenn du also jetzt schon merkst, dass dich das manchmal belastet, dann musst du eigentlich schon gestern anfangen zu meditieren und bei dir anzukommen und dich um deine Seele zu kümmern, weil das wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch ein bisschen krasser werden. Und ja, deswegen meine kleine Empfehlung, fang an zu meditieren, kümmere dich um dich und deine Seele und dann ist das alles halb so wild und du denkst dir irgendwann, ach Mensch, was haben die denn alle? Das ist doch mega, weil du so eins bist mit dem Energie, mit dem Kosmos, du bist ein bisschen mehr eins damit. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, einen wundervollen nächsten Sonnensturm. Und bis dahin, denk immer daran, du darfst gesund sein. Ich wünsche dir noch ein Wundervollen Tag. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Geib ¿Diff, Diff, Diff, Tast.